Die aktuellen Promi-News im VIP-Ticker, bleiben Sie mit dem Live-Ticker von VIP.de immer auf dem neuesten Stand und erfahren Sie alle aktuellen News über Ihre Lieblings-Promis. Kompakt auf einen Blick fassen wir für Sie die wichtigsten Ereignisse des Tages im VIP-Ticker zusammen. VIP-News, 28. Januar 2022. Kim Gloss verkündet zweite Schwangerschaft plus 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 Luke Mockritsches Exynes Anioli spricht öffentlich über Vergewaltigung plus 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 prominente Rückkehrer bei Let's Dance 2022. Kim Gloss erwartet ihr zweites Kind, Baby-News bei Kim Gloss. Nachdem die Ex-DSDS-Kandidatin ihren Fans kürzlich mit einem Schwächeanfall und anschließendem Klinikaufenthalt große Sorgen bereitete, hat sie nun umso erfreulichere Nachrichten zu verkünden. Ihre Fans haben es schon geahnt und sind trotzdem total aus dem Häuschen, die Sängerin machte gestern Abend ihre zweite Schwangerschaft auf ihrer Instagram-Seite offiziell. Für Kim Gloss und ihren Ehemann Alexander, dem sie im August 2021 das Jahrwort gab, ist es das erste gemeinsame Kind. Welche Promis sich mit den werdenden Eltern freuen, erfahren Sie in unseren VIP-News. Luke Mockritsches Exynes Anioli spricht öffentlich über Vergewaltigung, die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Comedian Luke Mockritsch beschäftigen die Öffentlichkeit nun schon lange und sind immer noch nicht geklärt. Jetzt sprach die Ex-Freundin des Entertainers Ines Anioli bei dem Female Empowerment Event Frauen 100 in Berlin erstmals öffentlich über das Thema sexuelle Übergriffigkeit und Vergewaltigung. Was sie in ihrer Rede auspackt und wie es der Podcast-Erin in den vergangenen Monaten erging, lesen Sie hier. Das sind die Profitänzer von Let's Dance 2022. Prominente Rückkehrer bei Let's Dance 2022. Bald startet die 15. Staffel der beliebten RTL-Tanzshow. Neben Amira Pocher, Mike Singer und Timo Oelker fegen elf weitere Promis wieder über das Tanzparkett. Mit an ihrer Seite, die inzwischen nicht weniger berühmten Profitänzer von Let's Dance. Nun ist endlich bekannt, welche Tanztrainer dieses Jahr wieder mit um den Titel Dancing Star 2022 tanzen und so viel sei verraten. Langjährige Fans der Show werden sich sicherlich über den ein oder anderen Rückkehrer freuen. Bis zum nächsten Mal. Musica Untertitelung des ZDF, 2020